Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Danke vielmals! Danke! Wir haben jetzt noch einen kleinen GPS, den er oben drauf hat für 280 Franken. Das ist klar! Aber ich habe ihm schon gesagt, wenn er jetzt noch angestellt wäre, könnte sein Chef ständig sehen, die Minuten, die er gearbeitet hat. GPS! GPS! Aber Bild, ich weiss keine Bildung! Es ist doch gesetzlich, aber mit den neuen Kameras ist der Disco da unten und dann ist das File System korrupt. Und dann gibt es auch eine Funktion, man kann sagen, Renier, reparieren und weiss es nicht. Dann kann man es regulieren oder prüfen. Und das habe ich mir so gemacht. Ähm, ähm, ähm. Aber du musst in den Kameras landen, du musst in den Video und so. Und so. Ja. Auf jeden Fall, äh, ich habe dann... Ich habe dann... Ich habe dann... Ich habe dann... das nicht. Ich habe gemeint, du wirst mich rausgeräumt, ich muss dir noch helfen. Ich bin gestolkert, komm mit dem Ellenbogen, ab wie Schmini, oder? Ich bin verpflichtet, so ein Komplizieren. Ab wie Schmini. Ab wie Schmini. Früher wäre es noch Jessie gewesen, weisst du, der Schreiner, der meint, wenn er eine Liege sah hat. Ist das ein Tipp? Ja, ja. Das ist schon so. Wenn ich die Liege gesehen habe. Ja, ich hatte eine Schiebe und ich habe mit Schneider gerührt, wenn sie eine Liege sahen, weisst du, äh... und wir haben ihn aufgemacht. Dann kamen wir noch ein Fasig und trinken. Weisst du, der Jessie, der Dorfschreiner, der ist natürlich... der weiss, woran das ist. Eben, und das ist meistens die Wagenwüste aufwecken, es ist auf dem Millimeter schreit. Ja, wirklich. Bei Jürgen hat das gefühlt. Ja, ja, das ist ja gut für so ein Anfang, wo sie auch präzis arbeiten. Ja, da komme ich eben fast die Böbelübereitung. Das ist super, er hat das gemacht. Die guten Symbiose sind zwischen euch beiden, die schnell noch vorhanden schaffen. Ja. Deine Gäste im Flügel sind auch unterbiert und er wird schnell fliegen. Dann wäre es schlecht. Ja, das ist ja gut so. 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 Und es ist super. Ja. Wie hat denn die Berniceast gefallen? Ja, das ist ja gut so. Ja. Ganz toll. Mit Kettesi in die Gefahr. Wunderschöne Suche. Schön präsentiert. Man sieht, dass der Schwiegervater mit dem Grossvater mit Liebe geholfen hat. Beim Aufhärten. Hast du eine Käuferin? Von den Fappen? Ja. Jawohl. Mit dem Goldteiner und dem alten Bus an den Hafen in Chile. Ich habe mir auch eine Käuferin gehabt. Schwarz? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Gute Käuferin. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also wenn ich sage, ich muss anfangen, ich muss super. Ich habe noch ein bisschen geholfen. Nicht mal, ich muss fotografieren. Ich muss aufwenden. Aber es ist sehr schön. Super Sujet. Tolle Auswahl. Und eine gute Zusammenstellung. Ja. Haben Sie meinen Favorit? Patrick. Ah ja, der mit dem Vogel dort. Das ist ein Möwe. 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 Und ein Dater. Cicciccetto ist auch schön. Cicciccetto ist auch schön. Cicciccetto ist auch schön. Aber es ist leider nicht in der Mitte. Ja. Aber dafür blitzt er. Also auch toll. Ja. Das ist ganz schön. Ja. Ja. Das ist auch immer. Ja. 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 Ja.